herzlichen glückwunsch zu 50 jahre hessische jugendfeuerwehr wünscht die das war unser jahresabschluss zu eurem geburtstag in diesem jahr wir haben eine luftballonaktion für euch gemacht wir haben den hugo auf tor geschickt in einer aktion unabhängig voneinander haben die jugendfeuerwehren einen riesengrobsen hugo gemalt keiner wusste welches puzzleteil an einander gehört und die jugendwarter haben es heute toll gepuzzelt eine gelungene aktion wie wir finden dafür noch mal herzlichen glückwunsch nach marburg danke ich bin fertig los ich gucke auf die ohr ich sag mir nicht nur die glückwunsch Das könnte Schnabel sein, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020